Ich sehne schreinisch Manfred vom Gehansberg. Großgeworden sehne ich hier heimit und do honnig auch nie platt gelennt, do nich gewohnt vor 47 bis 49. Im Wehendorf lehnen die trockenen Bläder in die Luft römm. Es heiert gleich aufzuschneien, dann wirds weiter oder besser. Do kohlen ove des die Melch bald zu kochen auffangt. Der goht olle mann is me m Güll ins is i gebrochen in das isig kalt wasser gefalle. Herr is für vier oder sechs woche gestorbe. Das feuer war zu stark, die koche sind die enge ganz schwarz gebrannt. Herr isst die eier immer ohne salz so pärfer. Die fester me o ich weh ich gleich, ich hann sie durchgetrade. Ich sind bei der frau gewäßt und hann sie gesort. Und seh sie jetzt, sie will so ihre durch das so ein. Ich wills auch nie mehr wieder mach. Ich hau da gleich die Rührleflämte und du auf. Wo gehst du denn hin? Sollen wir mit dir geh? Es sind schraubezide. Kein blieche Englisch denn, die böse ganz bis sie dich doot. Du hast dir den meiste gelernte, bist brav gewaßt. Du darfst das Feuer heige bitte an. Du bist noch net groß genoch, ein Flasch wie Öse trinke. Du musst noch ein bisschen was. Geh, sei so gut und so hau deine Schwestern, sie soll die Kleider für eier Mutter fertig nähen und mit den Bürsch sauber mach. Hättste ihn gekannt. Da wär alles anders gekommen, und das töt besser ebenstehen. Bäm hat mir mein Kup mit Fleisch geklaut. Hä, hat so getan, als hätten sie zum Träsch bestahlt. Sie hann sie aber selber gemocht. Bäm hat er dir die neue Mär verzahlt. Man muss Leute krisch, sonst versteht er uns net. Wir sind müde und durst. Wenn wir gestorben zurückkommen, da lagen die anderen schon im Bett, und waren fest am Schlafen. Der Schnee ist letzte Nacht bei uns lehne geblieben, aber die Marie war wieder getaut. Hängen uns im Haus stehen drei schöne Äppels bei, mit rote Äppelrei. Konnt ihr net noch einen Augeblick auf uns gewaatt, dann gehen wir an. Ihr dürft net so keine Reihe drehen. Unsere Berge sind net so hoch. Bäfelpond weißt du, Bäfelbrot wollt ihr haben. Ich verstehn euch net, ihr machst ein bisschen lütisch schwarz. Hat ihr kein Stöckle wie Seif für mich auf meinem Tisch gefangen? Sein Brot will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten baue. Das wurde kaum mit vor Herzen. Das war recht für euch. Was hättet ihr da für Vögel auf dem Mäuer? Die Bauer hatte fünf Äuße und nie Kühe und zwölf Schäufe für das Dorf gebracht. Die wollen sie verkaufen. Die Leute seien nicht all das auf dem Acker oder Mähe. Geh nur, da brauche ich auch nicht. Ich seh mir deine Leute hänge über die Wiese ins Kuhn gefahren. Musik 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 Musik